Hey Leute, ich bin jetzt wieder, GYJT, Jalen, Jalen, James, Thomas und heute bin ich erstmal aufgewacht. Kontrollierbar sind mit dem Handy, Social Media, check ich da ab, dann spiel ich noch ein Handyspiel, ganz genau das hier. Dann trinke und essen tue ich, just like that, jup, jetzt bin ich mit hier rum und mache mich erstmal frisch Zähneputzen, klar. Und Hände waschen, Gesicht waschen, klar auch. Und abzocken, abbrechen. Jetzt bin ich beim Zimmer angekommen, bin am iPad, am Apple iPad. Guck mal, Serien Ultimate ist eine Plus. Wie ihr seht. Jupp, okay. Ja. Oh ja, jetzt spiele ich dann noch ein Spiel auf dem Tablet. GTA Sonderes, Definitiv Edition, jup. Und jetzt bin ich im Anzimmer angekommen. Machen wir erstmal Essen, Vorbereitung. Pizza, Skophorn, mach ich jetzt mal warm. Und High Spring oder irgendwas. Und guck meine, hier bin ich keine Fanserie, jungen. Das ist, jetzt kann ich im Fall Victorious. Just do it, jup. Wie ihr seht. Das ist auch echt lustig. Aber auch nur die Szenen, jetzt gerade. Ja, da seht ihr auch mich. Dann sehbe ich noch rum. Um was anderes auch Interessantes zu finden. Und ich hab's auch gefunden. Aber in der Zeit wurde auch meine Pizza warm gemacht. Und jetzt esse ich sie natürlich. Ah ja. Ah, Kinder-Serie. Fundaments. Natürlich, beides amerikanisch wie meine restlichen Kinder-Serien-Filme. Lieblings amerikanisch. Was ich auch bin. Amerikanisch. Ja, besonderer Szenen. Okay. Und da seht ihr mich, wie ich das alles aufzähle. Und das war's auch schon. Ja. Ja.